Ich musste so schmunzeln vorhin, da war ein Stein, da stand die ewige Jungfrau. Gibt bestimmt Sachen, die würde man heute nicht mehr auf den Stein schreiben. Sieht man hier verschiedene Blätter und hier unten sieht man einen Palmzweig. Wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich gerne hier ein Pavillon errichten. Ein Pavillon als Begegnungsstätte, als Beginn eines Trauerspazierganges für Hinterbliebene, die man vielleicht mit einem Trauercafé abrunden kann. Das verlagert sich gerade total. Alte Gräber verfallen, verwildern, aber trotzdem wird das Fülle immer lebendiger, weil mehr Menschen kommen, auch zu den Bäumen. Die werden ja besucht, die Gräber, und zwar regelmäßig. Geplos Die Gäber